Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der Playstation 5. Wir machen genau weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Beim letzten Mal haben wir die Koboldsteine für Zenobia zurückgeholt. Und heute, wie ich angekündigt hatte, werden wir einfach weiter mit der Quest machen, mit den Aufträgen. Wir können uns jetzt mit Natti treffen. Ich würde sagen, das verschieben wir nochmal auf die nächste Folge wahrscheinlich. Wir machen heute mal die Unterrichtsstunde Zaubertränke, da freue ich mich nämlich drauf. Meine nächste Stunde ist der Zaubertränkeunterricht, den Professor Sharp lehrt. Ich wollte gerade Snape sagen für einen Moment, dann habe ich aber gedacht, nee, der ist noch nicht dran. Der, den gibt es halt noch nicht mal, glaube ich zumindest. Zaubertränkeunterricht besuchen, let's go, machen wir. Achso, eine Kleinigkeit. Ich habe hier, gut, Eulenpost haben wir nicht. Es gibt doch hier irgendwo, genau, das Inventar. Und da gibt es hier ja den Reiter Notizen. Und hier kann man nämlich auch die Briefe lesen. Die wir so eingesammelt haben in der Zeit. Aber hier müsste doch noch mehr sein, oder nicht? Ich wollte diesen einen Brief nochmal gerne lesen, den wir damals in der Bibliothek gefunden haben. Ach da, das ist der sogar. Genau, Professor Black dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen. Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen. Und Chris Hitter, Bloom, Blume, scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörmungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Piefs im Vergleich zu solchen Posten als zahmisch bezeichnen. Das ist nämlich ganz gut. Egal, das heißt nämlich, wenn ich mal unterbrochen werde beim Lesen eines Briefes, kann ich da einfach die Sachen nachlesen. Das ist ganz gut. Habe ich letztes Mal entdeckt, als ich mir, als ich so ein bisschen durch eine aufgenommene Folge durchgeskippt war. Und, jo. Das wollte ich nur noch einmal gezeigt haben. Dann würde ich sagen... Porten wir uns doch einmal hier hin. Und dann geht es gleich weiter. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Hallo? So, ich bin echt gespannt. Zauberkunst. Zaubertränke. Wie wird das hier dargestellt? Müssen wir wieder irgendwas mischen wie in Teil 6? Harry Potter Teil 6? Oder wie wird es sein? Ich bin gespannt. Let's go. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takkar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Äh, okay. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränkenpulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Und nochmal. Jetzt nochmal ein bisschen rühren. Das kenne ich echt aus Teil 6, ne? Aus dem Halbblutprinzen-Teil. Ah, da bin ich geübt drin. Professor Sharp. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Hm. Kein einfach zu brauner Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu Jay Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige halten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Also diese Lehrer hier aktuell in Hogwarts, die haben alle so einen Hang zum Verbotenen irgendwie. Professor Heckert hat uns geraten zum, zum, zum hier, zu den gekreuzten Stäben zu gehen. Er sagt jetzt hier, ja, da muss man sich irgendwie, irgendwie kommt man schon an die Zutaten ran. Man muss es nur wollen so. Ist schon irgendwie so ein bisschen, hallo Natti, kann ich mit dir reden? Nö. Aber hä, bist du wirklich Natti? Weil du bist ja eigentlich in, äh, auch woanders. Also, wir sollen sie doch treffen in, wo sollten wir sie nochmal treffen? Es gibt doch diese eine Quest von ihr. Wo, wo, wie kann sie denn jetzt hier sein, wenn sie eigentlich da auf uns wartet? Das ist diese, diese, genau. Wir sollen sie in Lower Hogsfield treffen. Das ist wieder diese Rollenspiel, diese RPG-Logik. Naja. Du warst Ismelder, Ismelder? Gute Arbeit beim Brauen deines ersten Mega-Power-Tranks. Aber es gibt noch viele Tränke zu lernen. Das wird ein arbeitsreiches Jahr. Ja, definitiv. Samantha. Okay, dann war Ismelder, war die eine, die wir damals getroffen haben, die... ...den Jungs Tipps beim Schachspiel gegeben hat und die so gut fliegen können soll, was ich aber noch nie gesehen habe. Aber sie hat's ja von sich selbst behauptet. Mein Mega-Power-Trank ist Müll. Ich wünschte, ich könnte einfach einen von J. Pippins nehmen. Hm. Ja, Gaunt. Das hatten wir ja schon mal. Das ist ja hier vielleicht ein Vorfahre Voldemorts. Das ist Ismelder. Keine Sorge, falls die Zutaten knapp werden. Ich baue meistens einfach an, was ich brauche. Okay, Ismelder. Sorry. Wer bist du? Ja, das ist bestimmt ganz schön sharp geworden in seiner Zeit dort. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Sonst noch irgendjemand, der mit mir blau... Du willst doch mit mir blau... Hi. Hm. Professor Sharp. Yes. Professor, was sollte ich noch mal tun? Sie müssten längst die Zutaten aus meinem Büro geholt und mit dem Brauen am Kessel begonnen haben. Brauen Sie den Trank und kommen Sie dann wieder. Das wollte ich gar nicht. Professor, was sollte ich noch mal tun? Sie müssten längst die Zutaten aus meinem Büro geholt und mit dem Brauen am Kessel begonnen haben. Brauen Sie den Trank und... Ja, okay. Es ist in Ordnung. Ich wollte nur noch mal gucken, ob ich ihm auf die Nerven gehen kann. Oh. Oh, sorry. Es ist... Ich bin aber auch... Ein Trampeltier. Es ist nicht... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, ein Büro zu betreten? Richtig gehört. Warum willst du das wissen? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich hab ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Der hält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Schaps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Hm. Natürlich. Der Professor hat eben selbst gesagt, dass man sich die... Man muss Mittel und Wege finden, um an die Zutaten ranzukommen. Genau das werde ich tun. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Schaps sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich braue. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Noch ein Weasley also. Also ist das so ein bisschen jetzt unser Ron Weasley hier quasi. Der Gareth. Denken Sie daran, beim Brauen von Tränken muss man exakt sein. Ja, und beim Stibizen von Zutaten ebenso. Ich schnapp mir einfach alles, was ich hier kriegen kann. Mal die Truhe nochmal aufmachen. Was ist denn hier für ein Brief? Memorandum. Ich frage mich, ob man diese ganzen Notizen und Briefe auch sammeln kann. Ob die auch wichtig sind für die 100%. Ich glaube aber nicht. Straßenköterfell. Ja, toll. Da ist ja die Feder. Guck mal, da ist doch noch eine andere drin. Also zwei andere sogar. Wenn das diese überhaupt sind. Vielleicht kriegen wir auch gleich Ärger. Aber ich will diese Zusatzquest erfüllen. Bring, ja, kehre sie. Genau. Ich sollte meinen Trank fertig brauen und Gareth die Feder bringen. Ich glaube, ich bringe ihm erstmal die Feder und dann fange ich an zu brauen. Wenn das geht. Hey, ich hab, ich hab sie. Ich hab die Feder. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Braun wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Okay, der Edurus-Trank. Wir machen uns mal... Okay, mir ist jetzt egal. Wir wollen jetzt mal anfangen. So geht das. Also braue Tränke nach freigeschaltenen Rezepten an der Tränkestation. Rezepte und Zutaten können in ausgewählten Läden gekauft werden. Die Zutaten können auch in der Wildnis angebaut und gefunden werden. Da ist ein Mega-Power-Trank. Und da ist der Edurus-Trank. Ein Zaubertrank, der die Verteidigung des Trinkenden erhöht, indem er mit dauerhafter Steinhaut bedeckt wird. Oh, den gibt es ja auch noch. Eine Minute, 30 Sekunden. Okay, let's go. Achso, ich muss gar nichts machen jetzt. Also es dauert jetzt einfach nur 30 Sekunden und dann ist es das. Das finde ich eigentlich ziemlich entspannt, muss ich sagen. Also nach Teil 6 brauche ich gar nicht dieses Rumrühren und Mischen und Zutaten hinzugeben und so. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich bin froh, dass man das hier gerade nicht machen muss. So, das ist er. Easy. Hab ihn. Und jetzt das Alfenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Gareth! Kommst du da! Oh, was wollen Sie denn machen? Wollen Sie mich der Schule verweisen? Ich muss... Ja. Hätte nicht erwartet, dass mir das Buch stäblich um die Ohren fliegt. War trotzdem genial. Ich räume das mal auf. Bau du lieber deinen Zaubertrank fertig. Ja, okay. Let's go. Hab ich doch schon. Oh, jetzt hab ich aber Angst. Oh je. Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Das tut mir leid. Pff, ganz im Ernst. Nö. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind. Man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Oh, ist dafür vielleicht die Toilette auch gedacht? Oder war das nur so ein... Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Aber ich denke, ich kann hier immer wieder zurückkehren und das hier weitermachen. Ich denke, hier wird es immer eine Möglichkeit geben, hier zu brauen, glaube ich. Aber ich glaube, auf der Toilette kann man nicht brauen, da wo wir einmal waren. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Scharp war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Du hast mir ärger... Ach, ist mir völlig wurscht. Professor Scharp war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Scharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt es weniger Explosionen. Ersprochen. Oder mehr. Hm. Wer weiß. War einfach echt lustig. Also der scheint echt cool drauf zu sein. Hi, was ist mit euch beiden? Äh, mein Umhang wird noch... Wirklich beeindruckend, dass du Professor Scharps Frage zum Megapowertrank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Äh, danke. Ich bin übrigens Amit. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Megapowertrank brauen gesehen. Gute Arbeit. Ich war erleichtert. Professor Scharp schien anderer Meinung zu sein. Professor Scharp schien mir nicht so beeindruckt wie du. Nimm's nicht persönlich. Professor Scharp wäre nicht mal beeindruckt, wenn ein Troll die Märchen von Biedel den Baden rückwärts aufsagen würde. Und zwar ein Koboldogak. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bad. Bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne. Wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Schar ist streng, aber schlau. Wir sehen uns dann. Okay. War das jetzt echt ein gutes Gespräch oder... Weiß ja nicht. Ah, okay. Und sie hat die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt. Du warst jetzt wirklich E-Mail da. E-Mail da. E-Mail da. Ich werde es mir merken. Aber ich bin nicht so gut mit Namen. Deswegen, äh, ja. Hä? Was? Wer hat da gerade geredet? Wieso sitzt du da unten so? Hallo? Guck mal, ich kann es zaubern. Wieso habe ich... Cool, oder? Ja, wo... Wo ist denn... Wo habe ich denn meinen... Da habe ich mich irgendwie verdrückt oder so. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einmal hier dieses... Rätsel. Weil, wieso nicht? Ich muss nur gerade gucken, wo sind denn hier die... Wo sind denn hier die... Die... Symbole dafür? Ach da, auf... War das da eben auch schon? Also, es haben mir, ähm... Marai und... Ah, junger... Eisberg? In die Kommentare geschrieben. Und die hat mir auf jeden Fall jetzt geholfen, indem ich jetzt weiß, was ich hier tun muss. Und ich frage mich jetzt nur, wo das andere Fragezeichen ist. Also, das eine Fragezeichen ist ja hier, das ist für das obere. Und das andere ist... Irgendwo hier. Aber ich muss ja erstmal wissen, wo das überhaupt ist, weil sonst brauche ich hier gar nicht gucken. Da? Okay, da oben. Ich hab's. Ja, okay. Dann kriegen wir das hin. So. Es soll jetzt folgendermaßen sein. Hier unten ist... Das unterste Symbol ist die 0 und rechts ist die 9. 1, 2... Also 0, 1, 2, 3, 4, 5... Also... Äh, wie kann ich nochmal manuell ziehen? So. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bedeutet also, das Symbol ist... Wie viel Wert? Ist... Jetzt muss ich erstmal gucken, was das überhaupt ist. Hier. Ne, 2. Das heißt... 13, also 8. Das muss eine 8 sein. Also ist das Symbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also eine Spinne. So, jetzt machen wir hier unten nochmal. Jetzt haben wir zwei Symbole. Das ist ja auch nicht großartig schwerer. Wir haben jetzt hier... Dieses Symbol, das ist hier... 0, 1, 2, 3, 4... Äh, ne 9. Neun. Und das hier ist eine... Das hier. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also 14. Also eine 3. Also... Dieser dreiköpfige... Drache oder was auch immer das ist. Ich müsste richtig liegen. Also danke auf jeden Fall für eure Tipps. Das hat mir echt geholfen. Das, genau. Sollte jetzt normalerweise aufgehen. Und soweit ich gehört habe, soll man hier irgendwas bekommen. Es können... Ich glaube ein erhöhter Inventarplatz. Also Ausrüstungsplatz oder so. Ui. Was haben wir hier? Mittelgroße Tische. Oder was auch immer. Und... Ein düsterer Wollschal. Ich glaube das war ein Rätsel Merlins. Wenn ich mich nicht täusche. Cool. Das ist ja doch einfacher als ich am Anfang gedacht habe. Ich habe wirklich gedacht, das sind so ultra schwere Rätsel. Aber im Endeffekt. Ist es dann doch nicht so schwer zum Glück. Sodass auch so ein Dummbatz wie ich das irgendwie lösen kann. Wo geht es denn hier hin? Das ist jetzt echt... Hallo? Ah. Hier waren wir ja lange nicht mehr. Ich denke wir machen in der nächsten Folge weiter mit der Story. Ich will jetzt nochmal mich ein bisschen umschauen hier. Weil hier gibt es sicherlich auch noch die eine oder andere Sache, die ich noch nicht geholt habe. Weil sonst waren wir hier immer nur missionsbedingt. Und da hatte ich noch nicht so viel Zeit mich hier umzuschauen. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothe... Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Schweigezauber bedeutet, dass man keine Geräusche mehr von sich geben kann? Oder könnte ich mir jetzt vorstellen? Hier müssen doch eigentlich auch noch irgendwelche Briefe liegen, die wir sammeln können, oder? Irgendwas in diese Richtung. Aber cool, dass ich das hier mitgenommen habe. Das ist schon mal echt... Für sowas lohnt sich das ja. Früher oder später muss ich die Sachen sowieso finden. Ach stimmt, hier waren wir glaube ich schon mal. Hier standen die... Ja genau, die zufälligerweise immer noch hier steht. Also habt ihr nichts anderes zu tun, oder? Mein Bruder hat mich mit Fangzeugen... Reveo... Reveo... Gar nicht. Ne. Gut, dann sind wir hier glaube ich auch erstmal durch. Ah, ne sind wir nicht. Uuuh je, das ist ja wieder mal ein Mottenrätsel. Äh, das ist einfach. Da waren wir gerade. Ich hab auch echt das Gefühl, ich hab jetzt immer mal wieder in die Folgen reingeschaut, die ich aufgenommen hatte. Ich hab so das Gefühl, dass die Motten nie weit davon entfernt sind, vom eigentlichen... Vom Spiegel, oder vom Porträt, oder Gemälde, whatever. Zumindest aktuell noch nicht. So, rein mit dir. Und der Rechtsstaat ist ein bisschen am Eskalieren auf seiner Trommel. So. Eine weitere Handbuchseite. Und wir sind Level 15. Oh, haha, wir sind mächtig. Nice. Eigentlich müsste man sich auch echt mal die Zeit nehmen und sich diese ganzen Porträts angucken. Die alle animiert sind und... Ja, aber... Ja, ich nehm mir ja schon recht viel Zeit in diesem Spiel und in diesem Projekt, aber... Ich will's auch nicht übertreiben. Aber ich versuch schon, alle Dialoge so, zumindest die, die ich... ...sehe, so irgendwie zu machen. Also, mir anzuhören. Das ist mir schon recht wichtig. Aber hier kommt man doch auch in die... Wahrscheinlich komm ich nicht ohne weiteres mehr in die verbotene Abteilung. What? Kann ich einfach so rein? Ne. Wahrscheinlich geht das nicht so ohne weiteres. Oder? Hä? 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 Okay, das geht. Okay. Das hatte ich nicht gedacht, dass ich hier jetzt einfach so rumlaufen darf. Wahrscheinlich nur in der Nacht dann. Aber das ist doch die verbotene Abteilung. Ich kann hier doch nicht einfach so rumlaufen. Aber da ist ja noch eine Augentruhe und die würde ich gerne mitnehmen. Danke. Aber es sind... Ich meine, es sind 500 Galleonen da drin. Und ich meine, da kann man sich auch mal drüber freuen. Hier ist auch noch so eine... Das kommt ja dann irgendwann später. Hier waren wir ja mit... Sebastian noch. Und dann hat er uns verlassen. Wegen Peeves. Ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Sebastian muss nicht alles wissen. Aber ich denke, er wird uns, wie gesagt, noch Türen öffnen, die... Natti uns nicht öffnen könnte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was in der Zukunft noch zwischen den beiden so passieren wird. Schloss auf Stufe 1. Achtung. Ah, Mist. Ansonsten ist hier nichts. Kein Mottenrätsel oder irgendwas oder... Akio. Ne, ist einfach nur so ein... Das war nur ein Dekobuch. Na gut. Reveo. Ne, hier ist auch nichts mehr. Da ist noch eine Truhe. Okay. Nett. Also es gibt halt immer wieder nochmal Dinge, die man dann doch so ein bisschen übersieht. Ich finde es so gerade ein bisschen merkwürdig, dass hier niemand ist. Also nicht mal Schüler oder sowas. Müssen die nicht irgendwie mal was lernen oder irgendwie sowas? Oder ich weiß es nicht. Ich meine hier... Ist es so... Ruhig. Ruhig. Naja. Äh, ist das jetzt schon wieder? Aber das habe ich eben schon gemacht. Ach, die sind dann wieder zurück. Aber das bleibt jetzt offen, hoffentlich. Weil sonst weiß ich am Ende nicht mehr, was habe ich gemacht, was nicht. Ich hoffe. Aber ich denke schon. Also, ja. Wahrscheinlich schon. Äh, ja. Okay. Was für ein Sauwetter hier. Da ist man einmal draußen. Und gleich wieder so ein Pisswetter. Ja gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Story. Da vorne ist noch eine Mieze-Katze. Die kann man natürlich auch nochmal streicheln. Na, komm mal her, mein Lieber. Oder meine Liebe. Ist das Schnee? Oder es sieht gerade irgendwie... Ich kann es gerade nicht... Ne, es ist... Regen. Ja. Jo. 50 von 150 Handbuchseiten aktuell. Dass das immer noch so viele sind. Ich habe doch schon so viele gesammelt. So unfassbar viele. Zur Ausrüstung. Da ist nichts Neues. Auch nicht. Auch nicht. Hier muss irgendwas Neues sein. Da. Oh, die hat mehr Verteidigung. Ja, dann nehme ich dir die Holzbrille. Ja, toll. So laufe ich ab sofort rum, Leute. Gewöhnt euch dran. Uh. Wie gesagt, hier ist ich und meine Maske. Aber ich möchte gerade keine tragen. Uh. Düsterer Volsch. Das ist doch der aus dem Rätsel. Oder was? Dieser Schal. So, ich möchte keinen Schal haben. Nö, mach mal weg. Aber ist schon wieder stärker. Matsu ist schon wieder mächtiger geworden. Das freut mich. Gut. Dann geht es beim nächsten Mal mit der Story weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.